Oskar! Was ist denn jetzt schon wieder an mir gesehen? Ich freue mich ja so, dass ich bei dir einziehen darf. Wenn zwei Männer zusammenziehen, dann geht's meistens gut. Ach nee! Mann, du ruf einen Arzt! So gut, wenn du darauf bestehst. Einen Arzt! Ich könnte dir alles auf Vordermann bringen. Du wirst dir gar nichts auf Vordermann bringen. Kein Problem, aber auch schön über die Keller essen. Ich hab nämlich gerade gehakt. Ups, das ist ja so scharf. Eine rasante Komödie. Wir sind die ganze Zeit nackt durch die Wohnung gelaufen. Können Sie sich das vorstellen? Ja, ja, ja. Das war's. Ich bitte dich, zieh in die Küche. Heute Abend werde ich euch verwöhnen mit meiner Zunge. What? In Rotweinsucht. Ich schmeiße dich raus. Ein seltsames Park. Im Schlossparktheater.